Herzlich willkommen. Zunächst die gute Nachricht. Ab Anfang 2010 soll es 20 Euro mehr Kindergeld geben. Dieser Punkt im sogenannten Wachstumsbeschleunigungsgesetz findet die ausdrückliche Zustimmung der Linken. Eine Erhöhung des Kindergeldes war längst überfällig. Aber wieder einmal gehen Hartz-IV-Empfänger dabei leer aus. Denn auch diese Erhöhung wird auf den Regelsatz angerechnet. Die Linke wollte das verhindern und stellte einen entsprechenden Antrag. Neben der Koalition stimmte allerdings auch die SPD-Fraktion geschlossen dagegen. Gegen das sogenannte Wachstumsbeschleunigungsgesetz gibt es nun auch Widerstand aus den Bundesländern. Und das völlig zu Recht. Das einzige nämlich, was sich beschleunigt, ist die Verschuldung der öffentlichen Hand. Durch Steuergeschenke für Großunternehmen, für reiche Erben, sowie durch die ermäßigte Mehrwertsteuer für Hotels. Meinem Heimatland Brandenburg zum Beispiel gehen etwa 55 Millionen Euro jährlich verloren. Schwarz-Gelb betreibt eine Politik der ungedeckten Schecks. Nun wird versucht, den Ländern das Gesetz schmackhaft zu machen. Notwendig aber sind wirkliche Alternativen, um Konjunktur anzukurbeln und die Staatskassen wieder zu füllen. Eine vernünftige Vermögensteuer würde zum Beispiel für Brandenburg Einnahmen von gut 500 Millionen Euro bringen. Davon ließen sich öffentliche Investitionen, Beschäftigung und auch eine bessere Bildung problemlos bezahlen. Statt weiter in die Verschuldung zu marschieren, kommt es auf ein gerechtes Steuersystem an. Auf eine Vermögensteuer, eine gerechte Erbschaftssteuer und eine Börsenumsatzsteuer. Und natürlich geht es darum, so schnell wie möglich Vorschläge zu machen, wie die Krisenlasten nicht auf die Beschäftigten abgewälzt werden. Zum Beispiel durch Verlängerung der Kurzarbeit oder auch durch eine neuere Regelung der Altersteilzeit.